Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minderkraft. Wir sind beim Möhrchen Party hier stehen geblieben und haben uns eine Cache gefunden zum Hausbau. Und da machen wir jetzt auch weiter. Packen wir jetzt erstmal alles was wir nicht brauchen hier in die Kiste. Alles. Hier bauen wir. Da ist ja nur was drin was wir brauchen. Holz, Stein, Holz. Ich muss hier auf diese Insel bauen wir hier. Ich würde sagen wir jetzt erstmal ein bisschen die Grundsteine. Oh, gucken wir noch wo wir genau auf dieser kleinen Insel hier bauen. Dann sehe ich, ich brauche jetzt mal eine Schaufel. Hier ist die Tasche, dass du zeigst. Oh, direkt eine Eisenschaufel. Ja, ich weiß mein Schaufel-Craft, das halb ich raus. Also an sich würde ich ja... Weiß ich nicht, sagen wir hier die Insel oder das Stückchen da vorne. Sagen wir da vorne, hier ist die Fläche. Das ist die Technik, aber das will ich jetzt nicht. Komm mit, komm mit, mein kleiner Freund. Kuh, ja komm hier, genau, danke schön. Ich muss die Kuh mal wegkommen. So, das bauen wir auch mal weg hier. Das muss ja nicht unbedingt groß sein. Ich würde hier vielleicht noch ein bisschen Gras austauschen, um im Endeffekt ein Feld bauen zu können. Dafür bin ich ja hier. Meine Häuser sind nicht die besten oder auch nicht die schönsten Häuser. Ich bin kein guter Bauer. Das sieht in anderen Games, sieht das anders aus, aber hier bin ich es nicht. Also nicht direkt so der beste Bauer bin ich. Es ist nicht das Größte, habe ich gesagt. Ja, 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 nicht das. Ich bin ja mal liegen, aber ich Pfosten mache mit den Dingen. Äh, mit den, ich glaube nicht. Ich brauche doch jetzt ein bisschen mehr Holz. Ich weiß nicht, ob ich erst mal sage, ich brauche jetzt mal den Boden. Vielleicht brauche ich doch jetzt mal den Boden, statt die Winde. Auf die Insel kommt ja normalerweise eh nichts. Oh, guter Token. Das ist nicht beides richtig, normalerweise. Da hat sich die Karte da oben nicht direkt ändert. Ich fahre nochmal, wie könnte ich das noch ändern? Ich kann das mal aussehen. Ich muss mal endlich rücken, dass die Problematik, wo Ende ist. Du solltest nicht auf den Sein einfallen. Ich fahre jetzt nicht, ob ich 30, das hier unten jetzt. Ich fahre jetzt im Arm, aber ne, alles gut. Ich fahre jetzt nicht, ob ich das auch noch verkreise. 30, ich drücke I. Ich drücke I für Inventar. Mhm. Naja, zu viel Starbound gespielt. Reiß ich das jetzt auch noch weg? Bin mir nicht sicher. Gut, an sich müsste ich eigentlich schon. Ich kann das Ganze heute wegballern. Ne, machen wir nicht. Können wir später noch ausbauen, also so ist es nicht. So, das wird niemals reichen. Was? Okay. Ich kriege gerade auch ein Deck und mehr. Bin mir nicht sicher. Ja. Das reicht niemals. Leider reicht es niemals. Ach ja. Ich bin hier drin irgendwo. Ah, da ist noch Eisen, da ist noch Fleisch. Das ist gut. Ah ja. Haben wir da drüben, okay, da drüben haben wir Eiche. Das ist gut, das ist richtig gut. Mit Birke waren wir euch auch nicht schlecht. Ich bin aber tatsächlich kein Birkenfan. Ich würde ehrlich gesagt zu hell, wenn es Fichte wäre. Okay, aber Birke ist mir irgendwie ein bisschen zu hell. Und guck mal, dass wir schon noch Holz kriegen und dann hier haben wir schnell wieder zum Schlafen gehen und dann den heutigen Tag weiter. So. Das sind Flower Plains, kann ja sein. Aber Flower Flower ist nicht Flower Plains. Ich dachte gerade schon, das sei in der Wüste. Ich wollte gerade schon meckern. Aber nee. Jetzt bist du da so ein kleiner, so eine kleine Insel, wie wir haben. Irgendwie finde ich nie so die richtige Hauseinstellung. Okay. Hast du mir eine Tars-Laske gesehen? Oh Gott, nein, das ist ja viel zu schnell. Ich glaube, das ist besser. Ach. Das ist echt verarschen. Das soll jetzt nicht. Können wir schlafen gehen und dann sollte das hoffentlich wieder auffallen. Ach du Scheiße. Das ist ja okay, nee, das ist noch zwischendurch. Kann das leider gar nicht, wenn das viel zu schnell ist, bekomme ich nicht klar. Aber lass uns in dieser Folge mal den Boden und so schaffen. Boden, vielleicht mal eine Wand. Und dann dürfte es auch schon wieder gut sein. Finde ich das von... Ja, okay, doch. Soll mal so ein billiges Standardhaus werden. Das ist ein bisschen übergroßes Standardhaus. Aber muss gehen. Perfekt. Da, genau da wollte ich den Holzbocken haben. Genau da. Wir kriegen dann nicht mal die Wand fertig, wenn uns einfach das Holz fehlt. Das gibt es doch nicht. Das ist also überhaupt symmetrisch. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Es ist nicht symmetrisch. Oh mein Gott. Oder? Nee, elf ist keine symmetrische Zahl. Okay, doch, es ist symmetrisch. Wo genau habe ich mich dann verzählt gerade eben? Nee, zehn wäre nicht symmetrisch. Ja, zehn wäre nicht symmetrisch. Das wäre nicht richtig. Aber elf, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Ja, zehn wäre asymmetrisch. Die Tür haben wir auch schon. Das ist doch gut. So. Das Eingangstür, der steht schon mal. Drei, zwei Fangeln hin. Oh, ich muss ein bisschen Zetzlinge. Nee, Platinium muss ich nicht mehr so weit laufen. Ich habe hier auch ein bisschen Zetzlinge drin. Einen. Einen einzigen Zetzling. Super. Und sich Sand kann ich auch schon mal brennen lassen. Neue Glas. Was? Ich muss mir wiehen. Ich muss mir einen Steg rüber bauen. Ich könnte jetzt mal ein Boot fahren. Das Boot geht jetzt mal kaputt. Deswegen wäre es doch besser, wenn ich den Steg rüber baue. Wäre vielleicht nicht allzu schlecht. Ich denke von gerade eben müssten ja noch ein paar Zetzlinge liegen können, die danach da platzieren. Das ist mir... Da steht mal ein bisschen zu wenig Baum. Entschuldigung, ich muss auf den Boden gucken. Die schweben ja nicht mehr. Warum denn... Na ja. Schöner Fehler vom Shader. Mit dem Rot. Ich weiß nicht wieso. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Muss ich mal gucken. Ich hab eh noch nicht den richtigen Shader gefunden. Leider. Leider, leider, leider noch nicht den richtigen Shader gefunden. Ein Stack. Das reicht halt niemals. Aber einfach reicht das. Reicht immer noch nicht. Naja. Ich würde sagen wir sind mit der Folge wieder durch. Folge 4. Wir sagen nächste Folge bauen wir weiter. Hau rein. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 弓ほ. Bis zum nächsten Mal.